So, hallo liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie mussten nicht zu lange warten, aber das World Wide Web und die eine oder andere Verbindung lassen hierbei wieder grüßen. Ja, wir hatten vorhin das Webinar, das Webinar zum großen Talk und genau auf das will ich dann praktisch auch nochmals abschließend verweisen. Wir werden das Video hochladen und in unserem Videobereich zur Verfügung stellen. Da können Sie das Ganze nochmal nachvollziehen. Und ganz interessant rund um den Schweizer Franken, Euro, Schweizer Franken, Euro, US-Dollar, US-Dollar, die Ereignisse am 15. Januar. Hier schön reportet von meinem Kollegen Thomas Herrmann. Also schalten Sie dann ruhig mal ein, klicken Sie auf das Video. Wir wollen uns aber jetzt dem US-Markt widmen, nachdem wir gestern den Dow Jones im Fokus hatten. Und der kommt jetzt nicht so interessant daher wie eben der S&P 500. Wir hatten auch diesen vor kurzem beleuchtet und darum wollen wir diesen natürlich jetzt wieder unter die Lupe nehmen, denn Sie sehen es hier schon am Tagesschart. Aktuell hochbrisante Situation. Wir sind im Widerstandsbereich 2065 plus minus ein paar Pünktchen, aber das ist ein ganz, ganz entscheidender Bereich. Und die Frage eben, ob wir uns heute über diesen absetzen können, wird hier sicherlich heute noch für Beantwortung sorgen oder für Fragen sorgen und muss beantwortet werden. So ist es richtig formuliert. Die eigentliche Annahme, dass wir hier von oben wieder abprallen könnten, ist durchaus legitim, aber kein Muss. Faktisch, wenn wir hier über 2074, 2075 Punkte anziehen, dann sieht das sehr, sehr gut aus, sodass der Markt dann hier durchaus weitere Aufwärtsambitionen Richtung 2100 und mehr aufweisen kann. Der Tagesschart ist sehr, sehr interessant. Achten Sie daher auf, ob wir es heute schaffen, über 2074, 2075 Punkte zu gehen oder aber ob der Index hier letztlich die Puste verliert und exakt von diesem Bereich ausgehend nach unten läuft. Das ist hier definitiv ein sehr, sehr markantes Level. Ich will das mal hier nochmal so darstellen. Es ist hier gerade für Range Trader durchaus eine sehr, sehr, sehr gute Chance, um hier sozusagen einen Trade an der oberen Range in Richtung unterer Range zu platzieren. Hier praktisch zu versuchen, an einem erneuten Scheitern den Widerstand um 2066, 2065 Punkte zu überwinden, zu partizipieren. Denn dann kann es durchaus 50 bis 60 Punkte abwärts gehen, um hier eben diesen unteren Unterstützungsbereich, Schrägstrich, diese Aufwärtstrendlinie hier zu touchieren. Das ist eine sehr, sehr interessante Gegebenheit. Achten Sie darauf, was passiert. Hier oben raus, wie gesagt, die andere Option. Da widmen wir uns jetzt mal den Stundenchart, gehen sozusagen noch eine Etage tiefer. Und da hatten wir hier undängst schon diese markttechnische Struktur, will ich sagen, die hier schon darauf hindeutete, hey, wenn der Markt es hier schafft, kein signifikant neues Tief auszubilden, dann stehen die Chancen gut, dass wir eben ein neues hoch machen. Und jetzt nach einem freundlichen Auftakt versucht sich der Index mehr oder weniger gerade so ein bisschen zu stabilisieren. Bleiben wir heute oberhalb der bisherigen Tagestiefs 2061, dann sieht das gut aus, dass der Index sich hier stabilisiert und nach oben ziehen kann. Das Ganze wird gestützt heute hier durch die sich darstellende Fuzi-Logik. Ich will sie mal wieder aufführen, weil doch ganz interessant vor dem Hintergrund, dass wir hier eben den deutlichen Impuls gesehen haben, der hier jetzt eigentlich schon mit dem Start der Session, wir machen mal eine Anpassung der Justierung, mit dem Start der Session jetzt hier durchaus weitere Kursambitionen nach oben zulässt. Und rein von der Fuzi-Logik deutet sich hier jetzt zunächst zwar ein Lauf bis an das Niveau 275 an, aber da müssen wir nämlich signifikant drüber gehen. Lösen wir im Prinzip die Justierung wieder und gehen davon aus, was der Index rein von der Fuzi-Logik voraussieht, dann hätte man hier sogar die Chancen, dass wir eben deutlich über 2075 Punkten rausziehen. Ob das passiert, das muss sich natürlich freilich erst zeigen, aber auf aktuellem Niveau hoch, hoch interessant. Und darauf gilt es eben jetzt mal hier hinzuweisen, oberhalb von 2061 Punkten, 2063, hier bleibt der Index wirklich bullisch ausgerichtet. Und wenn wir uns hier über 2075 absetzen, haben wir das Ganze auf Tagesbasis auch noch schön serviert, im Sinne neuer Höchststände. Das bleibt abzuwarten, ob der Index den Drive hat, ob der letztlich das liefert, was hier zumindest die Technik aktuell beschwören könnte, will ich nicht sagen, aber die Technik zumindest als möglich werden lässt. Denn wie gesagt, wir befinden uns hier gerade in einem Bewegungsimpuls nach oben, der, solange es hier nicht dazu kommt, dass wir hier signifikante Niveaus von 2043, 2045 Punkten unterschreiben, dazu führen sollte, dass wir eben neue Hochs machen, ganz klar umdenken, einumdenken. Und dann müssen wir den Stopp ein Stück weit tiefer setzen, hier unter das Tief der Kerze vom 9. Und zwar wäre das hier die 21 Uhr Kerze 2041. Also unter 2041 Punkten wäre hier zumindest die markttechnische Struktur, die Aufwärtsbewegung sicherlich zu hinterfragen. Und dann dürfte es Step by Step weiter im Süden gehen. Und dann wäre im Sinne des Range Trading Ansatzes hier durchaus eben auch ein Ablauf oder Abverkauf bis 2025, Schreckstrich bis zur Marke von 2090 denkbar. Ganz, ganz interessant. Wie gesagt, aktuell rein das bullische Szenario durchaus zu präferieren. Wir warten mal ab, was uns der Tag hier noch beschert. Ich sage erst mal danke fürs Einschalten. Morgen dann wieder zwei Sendungen am Stück. Und heute gab es nur die eine, aber dafür das große Webinar am Mittag. Insofern schalten Sie, wie gesagt, nachher da ruhig nochmal ein. Ich wünsche Ihnen jetzt erst noch mal einen schönen Resthandelstag, eine schöne Zeit. Und wenn Sie mögen, wie gesagt, bis morgen auf bald. Und beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer. Vielen Dank. Vielen Dank.